Ich fange am liebsten morgens mit dem Training an. Wenn Berlin langsam aus dem Schlaf erwart. Wenn du den Puls der Stadt morgens schon spürst und Berlin gleichzeitig noch für dich hast. Ich bin startklar. Der Profisport weckte meine Leidenschaft als Ingenieur. Beide Disziplinen ergänzen sich perfekt. Begeisterung führt zu Ideen. Ideen reifen zu Innovationen. In Berlin kommt alles zusammen. Berlin ist die Hauptstadt für additive Fertigung. Die erste Adresse. Sprint- oder Ausdauertraining. Kunststoff, Keramik oder Metall. Alles wird individuell angepasst. Egal ob für Bereiche der Mobilität, Luft- und Raumfahrt oder Medizintechnik. Du brauchst die richtigen Partner und den richtigen Ort, um Höchstleistungen zu bringen. www.er-ad-bust-upf.de Bis zum nächsten Mal. Das ist es dann dafür, dass wir uns nicht Personenverdaten haben. Den ganzen Tag zu erfahren und in der Nachdenauer zusammengestellt. Vielen Dank.